Moin Leute! Heute gibt es einen, wie ich finde, ziemlich witzigen Effekt von Veko. Die Gunpowder Barrels heißen die. Die sind in einem Holzfass, beziehungsweise in einer Holzfass-Optik. Wir haben hier eine Acht-Schuss-Batterie und eine Fontäne. Und die gab es bei der Postmörse zu kaufen für 9,99 Euro. Ich habe dazu online nur ein Video gefunden, aber das hat mich wohl überzeugt, um das zu kaufen. Es sieht auch einfach witzig aus, deswegen habe ich da mal zugegriffen. Wir schauen mal kurz, ob wir hier Informationen finden. Auf der Fontäne... Ah, okay, wir haben hier 102 Gramm NEM. Das ist für eine Fontäne schon ziemlich ordentlich. Die hat mich auch richtig überzeugt auf den Videos, muss ich sagen. Und der Acht-Schuss-Cake, beziehungsweise die Batterie, hat eine NEM von 52 Gramm. Ist jetzt nicht so viel, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, die Dinger für euch zu testen. Und vielleicht sind die echt gut, sodass sich der eine oder andere die sich demnächst auch mal kaufen wird. Jetzt aber viel Spaß bei der Zündung. So, die Fontäne von der Gunpowder Barrel. Los geht's. So, dass wir hier Quit So, jetzt geht's. Ich dachte schon, die hat nie auf. Jetzt haben wir gleich den Cake hinterher, den 8-Schuss-Kuchen. Was? Das waren 4 Stück? Krass. Ja. Leg mal hin. 8-Schuss-Cake jetzt. Boah, ganz schön, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal.